hallo und herzlich willkommen zu einer world of tanks so ich habe schon die würfel bereit geholt und es hat sich ja nichts geändert ich habe keinen neuen panzer zugekriegt also werde ich mal gleich würfeln und schauen was ich bekomme ich habe eine 8 4 plus 4 4 6 8 hoch schon wieder atti okay ich habe ja auch ja so 3 artis habe ich muss ja auch kein wunders verdammt auf einer kommen bei zwei kämpfen aber jedes mal die der erste kampf war das das cool so verstecken wir uns als erstes dahinten rein und ich habe gelesen dass man hier im panzer frei spielen kann allerdings nur noch bis morgen da muss man ganz viel quest abschließen also bei mir ist heute der 15 oh Mist ich habe mich verraten wo ich hinfahre also es ist heute der 15 wenn ich das zeige dann ist das event sowieso schon vorbei weil ich das vorher gewusst hätte mit dem panzer freischalten hätte ich wahrscheinlich gleich nur die missionen gespielt die ich machen muss aber ich denke mal jetzt werde ich es nicht mehr schaffen weil das sind sehr sehr viele missionen schön da fährt einer da halte ich mich raus da ist der Jäger komm, Jäger und Och ne ey gestern hatte ich auch diese runde auch mit der atti und da haben wir verloren hey ich sehe nichts so ach der doch steh und Mist mal wieder nischt Kann der hier unten brauch auch ne oder nicht Super Ich hab noch nicht eingekillt, nicht einen getroffen Bleib doch noch stehen Bleib stehen, bleib stehen Bleib stehen Nein Boah der ist kaputt, der ist kaputt da los komm ich will die lassen mich nicht mitspielen was sag ich alles meiner mama jetzt bleib ich den auch mal mama mama die lassen mich nicht mitspielen das war mal richtig leise und ich habe nicht einen einzigen Trevor hätte er auch auf Toilette gehen können und ich hätte auch gewonnen das ärgert mich natürlich so was gut dann schauen wir mal schnell nach nächsten und das ist eine 2 3 4 5 6 ok ich habe doch richtig gezählt das ist der hier jetzt gibt es aber ja den schweren panzer mahn jetzt kommen die schweren geschütze und ja schwere panzer sonst ja normalerweise mal vorne an der front neben mir sieht aus wie ein tiger was ist denn das für einer der h4 auch der tiger p genau gleich wie ich nur in einer natur also meiner ist besser naja meiner ist halt besser weil ich habe halt die beste ausgebaut ist dem panzer tiger p so jetzt wird's spannend das ist der aufklärer der leichten tanzer das ist der leichten tanzer Das ist eine schlechte Idee eigentlich, weil ich bin genau unter dem Tal. So wie ich es gerade sagte, so wurde ich auch geschossen. Was war das jetzt gerade? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das nur, was war das? Wenn du... Wer kommt jetzt runter gefahren? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe ihn aber noch getroffen. Na gut. Okay, die Runde war jetzt, ich sag mal, nichts. Die war so schnell zu Ende. Meine Maus geht nicht mehr. Da werden wir gleich mal noch eine Runde machen. Wir haben hier eine 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das ist ein mittlerer Panzer. Der D-43, äh 34, 1. So. Schluck genommen. Oh, und auch noch diese. Okay, ich fahre nach unten zu der Flagge. Ich werde jetzt die Flagge dämpfen. Drei Attis dabei. Mein Gegner auch drei. Oder ich werde gleich unten lang fahren. Gleich werden bestimmt ein paar den Müll hochfahren. Ich hoffe mal nicht alle. Und ich werde. Ah, ich fahre jetzt von Flagge. Ich fahre hier. Oh, ich fahre hier ab hier hin. Ah. Ah. Ich fahre. Ah. Schnell verstecken. Sehr schwer einfach durch. Hey, komm zurück. Kann du mich da etwas frei fahren? Oh, das ist ein Jäger. Oh, das ist jetzt auch scheiße hier. Jetzt zeigt sich, dass einer rumfährt. Die Strand. Also muss ich den Kuchen fahren. Oh, das ist ein Pfeil. Also muss ich die Kuchen fahren. Was ist das? Oh, das ist ein Schnell. Das ist ein Schnell. Wirkungstreffer Kette wurde getroffen Sie kann jeden Moment reißen Munitionstreffer Zum Glück ging's nicht hoch Ah Gellas Wirkungstreffer Hilfe Wir machen noch eine Runde Würfeln Eine 6 Das war doch auch wieder die Arti 1,2,3,4,5,6 Okay das die Arti Gut Das wird jetzt das Last Stück gefecht Weil ich denke mal die Arti dauert wieder ein bisschen länger Aber jetzt Jetzt Oh Offenes Feld für Arti Sehr gut Ich stell mich mal da unten rein Da unten rein Da oben hin Da Auf geht's Auf geht's Auf geht's Einer geht links Rechts 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 noch einer Nach links Noch einer 2 nach links Klickt man die Beine auf? Ach, ich bleib hier unten einfach stehen. Stell mich da in den Wald rein. Doch in den Busch. Bleib denn einer in der Mitte? Ja, da ist einer in der Mitte. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Eine Lambe? Ach Mensch. Ja, den könnte ich vielleicht. Wer sie nicht weglegt. Ja, es zerschießt in die Ketten. Wer soll stehen bleiben? 3, 2, 1. Come on. Schnell amüsieren. Schuss und... Nein! Hä? Schnell nachladen, schnell amüsieren. Da hinten ist ein schwerer Panzer. Ja, der ist doch viel besser. Bleib doch stehen! Mensch! Scheiße, da oben sind sie schon durchgebrochen. Oh, Mensch! Ich kann da mal einer unten hin fahren. Ich mag das nicht, wenn da so einer steht. ganz nah bei mir. Jetzt auch noch ein leichter auch noch da. Ja. 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 Ja, da oben ist weg. Ja. 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 auch noch dahinter wir haben sie böse erwischt 307 Schaden ja schön den haben wir auch noch schnell weg lag doch mal schneller nach Mensch ich hab keine Zeit der bleibt doch bestimmt stehen hab ich so in Uri gleich hinschießen ok gleich noch nicht ich schieß noch nicht wir sind erledigt raus hier so das war's für mich heute was soll ich dazu noch sagen die erste Runde gewonnen die anderen drei jetzt sind verloren ach das ist ein ganz schlechter Tag heute obwohl der vierte ist ja noch im Gange aber ich sag mal hab ich verloren ich hab den verloren gut dann war es die letzte Runde für heute ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid bis dahin wünsche euch viel Spaß der passtofi da denen tschotzy doch ich